Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem wann ihr das Let's Play seht. Eine weitere Folge Far Cry Primal und es ist einfach super. Es ist einfach ein richtiges super Independent Spiel ist das. Und ich habe durch Zufall gesehen, weil das Spiel ist glaube ich 2016 herausgekommen und ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt mal hier so eine Neuauflage mache, bin ich so ziemlich der einzigste. Falsch gedacht. Es machen aktuell... Oh, hey, verdammtes Viech. Ja, aber das macht die Welt so lebendig. Ja, ich habe gedacht, ich bin der einzigste, der aktuell ein Let's Play macht und falsch gedacht. Fang ihn. Schnapp ihn. Falsch gedacht. Es machen aktuell doch so einige dieses Let's Play über dieses Spiel. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, oh, das ist ja nun auch schon ein paar Jahre alt und da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Aber da sind doch einige auf die gleiche Idee gekommen. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Weil jeder macht ja sein Let's Play anders und ich sehe das auch an den Aufrufen, dass die Leute das ganz unterschiedlich sehen, obwohl ich das immer nicht so gerechtfertigt finde. Die geben sich auch Mühe und das kostet auch Zeit und Arbeit, so ein Let's Play zu machen und auch zu bearbeiten und hochzuladen. Also, ich habe einmal drei Videos gemacht, da habe ich den ganzen Vormittag verbraten mit. Und das alles für, ja, nothing. Also, ich bekomme ja kein Geld dafür. Was willst du denn tun? Ich werde dir einfach tun. Ja, ich habe bessere Keulen. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Aha, da hinten sind wieder Mammuts, aber diesmal jagen wir keine. Ich glaube, ich habe schon genug Jagdzehen gezeigt. Obwohl, immer wieder faszinierend, wenn die irgendwo so ganz spontan mal so auftauchen. Ganz toll. Was ist hier? Oh, ja. Nachts ist das erst verfügbar. Mal gucken, ist hier in der Nähe. Ist hier irgendwo ein Lager oder sowas? Ja. In der Richtung. Müsste eins sein. Ah, sie bleibt ja friedlich, ne? Also, solange man nichts macht und, äh, oh. Sie reagieren auf jeden Fall auf einen. Das finde ich schon mal klasse gemacht. Und das müsste... Ja, bleibst du schön friedlich, ne? Ja, oder? Da. Wollen wir uns das hier mal gemütlich machen? Oh! Mein Raum kann so nicht. Komm mal hierher. Sollst du doch nicht mit einem Mammut kämpfen? Tushi. Tushi, sag ich da. Okay, der ist abgabend. Ja, mit einem Mammut wollen wir uns jetzt nicht anlegen. Sondern wir schlafen mal bis zur Abenddämmerung. Damit wir die Mission machen können. Lied der Geister, glaube ich, heißt das. Oh. Ich seh grad. Wo ist mein Kaffee? Wo ist mein Kaffee? Da am Feuer? Ne, in der Küche. Moment. So, da bin ich wieder. Ja, ohne Kaffee. Das geht ja gar nicht. So. Ein paar Geräusche immer im Hintergrund. Ach, Wölfe. Das schreckt uns nicht. Wie der Geister. Ja, genau. Sehr schön. Gucken, was uns da erwartet. Also, Langeweile gibt es in Oros ja nicht. Es ist ja immer irgendwas los. Und ich finde das sehr faszinierend. Ich hoffe, ihr habt auch noch Spaß daran, mein Let's Play zu verfolgen. Weil das ist ja wichtig, dass ihr da nicht die Motivation verliert. Ich versuche das da so interessant wie möglich zu machen. Und ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass ich mein Let's Play im späteren Verlauf so etappenweise zeige. Ne, darum mache ich ab und zu mal so Sprünge, weil so die ganzen Laufwege und so, die will ich natürlich nicht im Let's Play haben. Weil sonst wird dieses Let's Play 300 Videos. Also, ich glaube, ich glaube, das bringt nicht so viel. So, was ist hier los? Alles gut hier? Okay, ich gehe mit euch. Singt mal schön. Oh. Sehr gut. Gut, macht ihr das. Uh. Uh. Mal gucken. Was hier für Gegner kommen. Ja, ich habe auch zwei verschiedene Bögen. Einmal diesen Doppelfeil. Und einmal einen langen Bogen. Ich glaube, ich habe gerade den Speer. Ah, sieht ja klasse aus. Ich muss aufpassen, dass hier nichts passiert. Also, man wird ja verschlungen hier in der Atmosphäre von diesem Spiel. Tja, ja. Kommen bestimmt gleich Gegner, ne? Ich dachte nicht mehr. Scheiße, einer ist schon draufgegangen, das ist nicht so gut. Die kam so schnell und die Bestie hat auch gar nicht so reagiert. Eine Sängerin weniger hier. Wahrscheinlich kommen sie jetzt aus einer anderen Richtung. Nein, tun sie nicht. Ja, das Spiel ist so spannend, dass ich sogar andere Let's Play Projekte ein bisschen vernachlässigt habe. Aber was soll's. Man kann ja nicht alles machen. Ich hatte eigentlich noch mehr Projekte da am Laufen. Habe ich auch immer noch. Aber was soll's. Ich zocke über das, worauf ich gerade Spaß habe. Und mir macht das hier großen Spaß. Ach guck mal an, es muss gar nicht zum Kampf kommen. Es ist genügend, wenn wir uns einfach hier postieren. Ja, solange sie nur aus einer Richtung kommen, ist ja gut. Dann können die hier ihren Geisterkram machen. Ja, es ist cool. Oh, es wird doch langsam hell. Aber nicht, dass wir die doch töten müssen. Sonst stehen wir hier bis Sankt Nimmerlein. Oh, der Kaffee ist noch heiß. Oh, herrlich. Und was sagt ihr eigentlich dazu, mit Maske jetzt einzukaufen? So, lieber schnell wieder zurück. Ah ne, es geht weiter. Ah, euch geht's noch gut. Habe ich mir fast gedacht, dass ich den Wolf doch töten muss. Weil das wäre sonst hier unendlich weitergegangen. Ja, sehr gut. Ihr seid noch zu drinnen, oder? Ja. Ich gehe mal lieber vor. So, das kommt. Oh, die greifen hoffentlich nicht an. Haben wir hier ein Problem. Schön zusammenbleiben. Ja, der macht das gut. Oh, das ist ein Säbelzahn-Tiger. Und der kommt auch bestimmt zurück, oder? Oh, das ist ein Säbelzahn. Das decir jetzt noch nicht an. Wenn? Mann, du hast du, hast du. Das ist ein Säbelzahn. Ja, du hast du. Das ist ein Säbelzahn. Je in Wind? Ja, du hast du als auch. Ich bin der Land. Ja, ich bin der Land. Das stimmt, was Dollzahn. Und dieitung an? Ja. Ach, hat mich wieder eingekostet. Scheiße. Tja. Aber euer Gesang klingt immer noch gut. Weil der springt auch sofort zu den anderen Händen. Kacke, das war nicht der letzte. Ja, sie singt schon immer wilder. Ich glaube von da sind wir gekommen, oder? Oder eine weitere Kultstätte. Krusel, ja. 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 Tod von oben war auch nicht schlecht. Blödes Feuer. Ich darf keinen mehr verlieren, sonst ist die Mission essig. Lauf doch nicht so schnell. Da komm ich ja gar nicht hinterher. Wo willst du denn hin? Muss doch langsamer gut sein mit deinem Geistertanz. Wollt ihr nicht mal singen, bisschen langsamer gehen? Ja. Wollt ihr denn hin? Ja das Lied der Geistert ist ja alles schön und gut. Aber wir haben nur zwei überlebt. Na ja gut. Mehr brauchten wir ja auch nicht. Ja ja ihr seid schon alle cool. Genau. Tanz mal noch ein bisschen. Ich geh zur nächsten Mission. Und ihr kommt doch hoffentlich mit gehen. Ja die Jamsou. 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 Ja. Eine Jamsou. Sie... Sie... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020